. ACHIE . . . . . Fck. . . Verreck, Hetter, komm verreck . Das macht schon viel Spaß, Jungs, und tschüss, Pranto, und der Nächste ist dran. Geil, geiles Game. Fuck. Was? Das sind richtig Alpha-Geekere. Ein Alpha-Geekere? Ja. Nein, was für Slow-Mo! Oh! Oh mein Gott! Ah! Scheiße! Ich nimm das die Damage-Zahlen des Kornes. Wo ist das da? Killer-Pack läuft hier hoch. Killer-Pack bleibt da unten. Ich will's nicht hier. Ich will's nicht hier. Ich will's nicht hier. Ich will's nicht landen. Los, los! Okay? Oh, was macht ihr hier, Alter? Zu Kamp-Leer-Pick! Oh! 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 Wir werden alle geklappt. Nein! Er ist gestunnt! Er ist gestunnt! Ich hab Beam gekillt! Ich hab nie Stammes! Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Nein! Ich hab nicht gekriegt! Ist da einer? Ja, im Auto! Nicht weg! Ist das eine Pfeife, Alter! Was macht der denn da? Ist das eine Pfeife, Alter? Was macht der denn da? Oh, was ist hier? Er töte mich einfach! Zehn Uhr sein Bett einbauen! Hey, bitte! Ich muss es einbauen! Das Holz einbauen! Macht man so, falls du es mal nicht wusstest! Nein, nicht! Du musst es was machen? Ich hab ein neues Bett bekommen! Alles klar! Und das Holz davon musst du mich nicht einölen! Also... Nimmst da... Was? Wer ölt nicht sein Bett ein, Skellex? Schon du mir? Mach Schaurientag! Hält! Das macht man immer! Kann ich jemanden neues... Was? Ich mach es gleich, wenn ich zum Beispiel hergehe oder so... Ich öle es gleich dort! Nein! Nein! Du hast noch nicht... Du hast noch überhaupt Öl und was zusammen gemacht, wahrscheinlich! Dann kommt es jetzt so! Ja, doch! Aber ich hab's halt nicht zusammen... Äh... Ding eingeölt, ne? Ja! Also entweder haben das dann eine Hilfe gemacht, oder? Die haben auch davon keine Ahnung! Nein! Nee! Die haben auch keine Ahnung! Manche Leute ölen am Strand vor, nein! Smile ölt sein Bett ein! Alter! Das ist halt nur so ein Fall! Mach ihm Platz! Yes! Yes man! Yes! So läuft das hier! Das ist halt nicht so ein Fall! Das war's! Das war's! Das war's! Untertitelung des ZDF, 2020